Kumba ging zur Busstation. Dort traf sie einen Jungen. Fährst du auch mit diesem Bus? Ja. Ich bin Kumba. Wie heißt du? Ich bin Bob. Kumba und Bob nehmen den falschen Bus. Jetzt sind sie am Basketballplatz. Sollen wir Basketball spielen? Ja, gerne. Bob nimmt Kumba mit zu seinem Geheimversteck. Wo sind wir hier? In meinem Geheibaumhaus. Komm, lass uns nach Hause gehen. Es fängt an zu regnen. Ja, du hast recht. Bevor wir nass werden, sollten wir lieber zu Hause sein. Schließt, der spegnet es. Da vorne ist schon mein Haus. Komm, wir müssen uns beeilen. Es regnet sehr stark. Wollen wir Freunde sein? Ja, gerne, Bob.